Hey Leute, heute will ich mal was sagen zu meinem alten Trainer, Sascha Poppendick. Also viele können denken, was sie wollen und viele sind auch neidisch. Wie gesagt, weil Leute, die was erreicht haben oder was können. Also von menschlichem her muss jeder sich sein eigenes Bild machen, was man von irgendwelchen Menschen hält. Ich kann nur sagen, rein sportlich musste er sich von überall aus deutschlandweit Sparingspartner holen, weil da wirklich eine Granate ist. Wir haben es auch immer gekloppt und so achte, neunte Runde, wenn ich unaufmerksam war und habe ein Ding kassiert, bin ich auch kurz runter gegangen. Aber wir haben uns immer gut zusammen trainiert. Auf jeden Fall ist er rein wirklich sportlich, von Kämpferlichen her hat er es einfach drauf. Das kann man nicht absprechen und da kann man auch keine Lügen erzählen. Ich mache den Kanal ja nicht. Um irgendwelche Märchen zu erzählen, das sind halt wirklich die Tatsachen. Menschlich muss jeder selber wissen, wie man die Leute sympathisch findet oder wie die drauf sind oder was sie für Sachen gemacht haben oder nicht. Aber rein sportlich muss ich halt anerkennen, dass was da drauf hat. Gut, ich bin erstmal raus.